Servus Leute und willkommen zurück zur Shisha-WG. Heute geht es um die Erhöhung der Tabaksteuer und was das für uns alle bedeutet und wie viel wir in Zukunft für unseren Shisha-Tabak bezahlen müssen. Gestern Abend im Livestream haben wir uns das Video von MIG angeguckt, die darauf hingewiesen haben, dass sich bei der Shisha-Tabaksteuer, aber auch bei Ersatzprodukten, die nicht nikotinhaltig sind, sich so einiges in Zukunft ändern wird. Was das für uns jetzt als Shisha-Raucher bedeutet, das gucken wir uns mal an. Der Bundestag hat da eine neue Tabaksteuer beschlossen, die uns Shisha-Raucher mit am meisten trifft. Das wird übrigens kein Rumheul-Video. Ich will mich nicht beschweren über die Tabaksteuer. Ich will das auch nicht wertend betrachten. Ich will euch einfach nur sagen, was los ist und was das für uns in Zukunft bedeuten könnte. Im Endeffekt können wir es eh nicht ändern und entweder ihr kauft euch trotzdem Tabak oder ihr kauft euch keinen Tabak, das müsst sowieso ihr wissen. Auf jeden Fall hat sich der Bundestag einer Modernisierung der Tabaksteuer gewidmet und die betrifft, wie gesagt, eben auch die Shisha-Raucher. Aktuell ist es so, dass wir bei der Shisha-Tabaksteuer pro Kilo, es wird meistens in Kilo gerechnet, für 200 Gramm Dosen kann man also einfach mit 0,2 Kilo rechnen. Im Moment ist es so, dass wir pro Kilo 15,66 Euro, aber auch nochmal zusätzlich 13,13% vom Kleinverkaufspreis. Der Kleinverkaufspreis ist literally einfach nur, was dann wirklich eine Packung kostet. Sehr komplizierter Begriff für eine ganz einfache Sache. 13,13% zusätzlich, aber mindestens 22 Euro, again, auf Kilogramm gerechnet. So war es jetzt. Allerdings wird sich das ab dem 01.01.2022 ändern. Am 01.01.2022 fängt eine gestaffelte Erhöhung der Tabaksteuer an, beziehungsweise nicht mehr der Tabaksteuer selbst, sondern einer Zusatzsteuer, die nur auf Wasserpfeifentabak gilt. Ab Januar müssen wir pro Kilogramm nochmal 15 Euro mehr bezahlen. Das heißt also, wo wir jetzt aktuell 15,66 Euro und 13,13% zahlen, werden wir dann 30,66% und nochmal die 13,13% Tabaksteuer bezahlen. Das heißt, für eine 200-Gramm-Dose kommen wir ungefähr bei 3,60 Euro plus raus. Sprich, bei einem Tabak, der im Moment 17 Euro kostet, kommen wir dann einfach mal bei 20,60 Euro raus. Das Ganze ändert aber noch nichts daran, dass natürlich auch die Hersteller ihre Preise noch erhöhen könnten. Weiß nicht. Steigende Lohnkosten, steigende Steuerkosten für die Hersteller selbst. Die Szene wird immer professioneller. Dadurch fällt natürlich auch mehr in den Firmen an. A.K.A. die Firmen brauchen natürlich auch mehr Geld. Sollten die Firmen also auch noch die Preise erhöhen, kommt das natürlich nochmal obendrauf. Das heißt, 2022 könnte es gut sein, dass es keine Tabakdose in den Läden mehr für unter 20 Euro gibt. Das Ganze ist aber leider nur das erste Jahr der gestaffelten Erhöhung. Das geht dann von 2023 bis Ende 2024 nochmal weiter. Da zahlen wir dann nämlich nicht 15 Euro zusätzliche Steuer pro Kilo, sondern 19 Euro. Das heißt nochmal 4 Euro mehr pro Kilo oder nochmal knappen Euro mehr pro 200 Gramm-Dose. Beziehungsweise kommt das ja dann wieder auf die andere Steuer. Die 13,13% kicken nochmal rein. Das heißt, es wird einfach nochmal teurer. Das ist leider immer noch nicht das Ende, weil das Ganze geht von 2024 bis 2025 nochmal weiter. In 2025 kommen nämlich 21 Euro Steuern obendrauf. Und ab dem 1. Januar 2026 sind es sogar 23 Euro Zusatzsteuer pro Kilo Shisha-Tabak. Wenn wir uns das alles ausrechnen, heißt das, dass wir pro 200 Gramm-Dose 2026 ungefähr 6,20 Euro oder 6,30 Euro pro Tabak-Dose mehr bezahlen. Sprich, eine Dose, die jetzt 17 Euro kosten würde, wird 2026 23 Euro und noch ein bisschen was kosten. Wenn bis 2026 weder die normale Steuer noch die Hersteller die Preise erhöhen, was unglaublich unwahrscheinlich ist. Ja, alles leider keine schönen News. So sieht das aus mit der Tabaksteuer. Ich wollte euch da auf jeden Fall kurz Bescheid sagen. Man muss auf jeden Fall noch dazu sagen, dass es uns in Deutschland mit der Tabaksteuer eigentlich noch sehr, sehr gut geht. Ich weiß, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite beziehungsweise wäre ja bei uns eigentlich das Gras grüner oder der Tabak brauner, schwarz. Auf jeden Fall geht es uns eigentlich ganz gut mit der Tabaksteuer. In Holland zahlt man für ein Kilo Shisha-Tabak ungefähr 200 Euro. In Österreich kostet eine 200-Gramm-Dose auch schon irgendwie zwischen 25 und 30 Euro. In der Schweiz zahlt es zu 40 Franken für eine 200-Gramm-Dose, wenn du was Besonderes willst. Also eigentlich geht es uns noch ganz gut. Schöne News sind es natürlich trotzdem leider nicht. Leute, reißt euch in den Kommentaren bitte zusammen. Schreibt gerne eine sachliche Meinung zu der ganzen Lage unten in die Kommentare. Schön ist es natürlich nicht. Ob wir was daran ändern können, bezweifle ich leider. Tut mir leid, dass ich heute kein schöneres Video für euch habe. Falls es euch trotzdem ein bisschen informieren konnte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich noch mit unseren alten Preisen.